Herzlich Willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu der nächsten News. Wir haben Neues von Still Alive, die bedanken sich bei der Community. Der Tourist-Bass-Semulator hat ein neues Update und wir haben ein geheimes OMSI-2-Projekt, welches wir hier preisgeben dürfen. Das alles und mehr findet ihr jetzt hier in den News. Damit sind wir direkt beim Bus-Simulator, denn diese haben jetzt auf Facebook folgenden Text geschrieben. Als kleines Dankeschön an unsere treuen Spielergemeinde haben wir heute unsere ersten beiden Innenraumpakete für den Bus-Simulator für PS4 und Xbox One im Playstation Store und im Microsoft Store als kostenlosen DEC zum Donut bereitgestellt. An dieser Stelle noch einmal ein dickes Dankeschön für eure Geduld und viel Spaß mit den Innenausstattungen für eure Mercedes-Benz und MAN-Busse. Wir haben uns das bereits natürlich schon im Let's Play angeschaut, könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn ihr mal wissen möchtet, wie das Ganze aussieht, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Auch packe ich euch selbstverständlich die Links von den Stores, einzelnen Stores hier natürlich in der Videobeschreibung. Wie gesagt, beide DECs sind hier ab sofort natürlich zum kostenlosen Donut verfügbar. Der Tourist-Bass-Simulator hat ein neues, großes Update bekommen und zwar befinden wir uns jetzt im Update 6. Welche jetzt aktuell in der Beta verfügbar ist. Wir haben viele Dinge behoben, am wichtigsten ist vielleicht der Absturz nach der Ladesequenz. Darüber hinaus haben wir einen Foto-Modus und einen neuen Ladebildschirm hinzugefügt, die Leistung optimiert und kleinere Fehler repariert. Außerdem wurden einige Probleme in Bezug auf die Fahrzeuge BB40, MAN Lines in der City und Garnier Touring gefixt. Das vollständige Change-Log findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Achtung, dies ist ein Beta-Update. Eventuell technische Probleme, Instabilität des Spiels sowie Fehler im Ablauf des Gameplays können nicht ausgeschlossen werden. Wie ihr das Ganze installieren müsst, findet ihr natürlich ebenfalls unten in dem Beitrag. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wie ihr das Ganze dementsprechend anpassen könnt. Unter anderem sind natürlich Abschutzbehoben, der nach der Anfrage Cutscenes aufgetreten ist. Neuer Ladebildschirm, neuer Foto-Modus wurde hinzugefügt, die Performance wurde verbessert, die Vegetation von Straßen entfernt und kleinere Bugs wurden dementsprechend gefixt. Und natürlich für die vorher genannten Busse sind natürlich auch kleinere Sachen gefixt worden. Wie gesagt, alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung packe ich, wie gesagt, euch den kompletten Change-Log rein. Ansonsten einfach mal auf der Seite mal vorbeigucken. Bad Hügelsdorf 2020 hat mal wieder ein paar neue Bilder gepostet. Dort endet die Linie 306 bzw. macht ihre Pause, bevor sie sich wieder auf den Weg nach Wieseneck macht. Am Augusta-Platz finden auch Linien und Fahrradwechsel statt. Der Bereich wird umfasst von zahlreichen Schmucken-Stadthäusern. Er verfügt außerdem über Wasserspiele, ein Ruhebereich mit Bänken und einer Kirsche. Daneben gibt es ein Servicegebäude der Verkehrsbetriebe zu sehen, sowie Bereiche, bei denen sich Gründerzeithäuser und moderne Gebäude abwechseln. Bei der Gestaltung wurde Wert auf sehr viele unterschiedliche Gebäude, also Gestaltung, aber auch Farbgebung gelegt. Wer genau hinsieht, wird entdecken, dass Breyer auch von den Häusern im Bad Hügelsdorf nicht Halt machen. Es gibt auf der Seite von Harlicon selbstverständlich weitere Bilder, die ihr euch anschauen könnt. Einen genauen Release-Termin gibt es hier leider noch nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt 2020 heißt, erwarten wir dieses Jahr wohl noch mit dem Release der Karte. Denn hier hat man eigentlich schon relativ viel gepostet. Wir sind mal gespannt, wenn wir natürlich nähere Infos haben, wann Harlicon das Ganze freigibt. Dann werdet ihr das hier dementsprechend halt auch erfahren. Es gibt einen neuen DEC für den Trainsimulator, die BR Standard Class 7 Britannia Class. Erleben Sie die Schönheit der Britannia mit der Lokomotive BR Standard Class 7 von Just Trains. Als die Big Four LNER LMS GWR SR 1948 verstaatlicht wurde, um die britische Railroad zu gründen, wurde überprüft, welche vorhandenen Lokomotiven ersetzt werden mussten. Und welche Lokomotiven sich als die beste Grundlage für einen nagelneuen Fuhrpack eignete, der bis zu Dieselisierung reichen sollte. Diesen findet ihr ab sofort auf Steam natürlich selbstverständlich zum Download. Ich glaube, der Kostenpunkt liegt hier bei 15 Euro. Den Link packe ich euch selbstverständlich wieder in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen möchtet, dann könnt ihr gerne mal posten, wie ihr das Ganze dementsprechend so findet. Sobol hat ein neues Video veröffentlicht, nach natürlich seinen letzten Bussen, die er veröffentlicht hat, die großartig waren. Wir reden hier von dem Midibus und selbstverständlich auch dem Neoplan. Hat er jetzt hier einen weiteren Bus gezeigt, vorgestellt in einer Premiere auf YouTube. Und dementsprechend könnt ihr euch dieses Video jetzt auf dem YouTube-Kanal von Sobol selbstverständlich anschauen. Den Link packe ich euch in der Videobeschreibung. Was man hier auf jeden Fall sieht, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hübsch zusammengeschnittenes Video mit toller Musik im Hintergrund und damit natürlich auch den wunderschönen Bus in Szene gesetzt. Wann dieser Bus erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es da nähere Infos gibt, werden wir euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Aber wenn ihr das Video mal komplett anschauen möchtet, dann findet ihr den Link selbstverständlich auch hier wieder mal in der Videobeschreibung. Wir haben eine neue OMSI-2-Karte, die wir euch mal ein Stück vorstellen dürfen. Wir künden für den Winter 2020 eine spektakuläre OMSI-2-Karte an. Diese trägt den Namen Landkreis Saale-Kreis. Dieser Kreis liegt inmitten von Sachsen-Anhalt und beherbergt viele schöne und alte, aber auch einige moderne Städte, wie zum Beispiel Querfurt, Pritiz und Merseburg, aber auch Halle-Saale. Wir von JTA-Mappbau versuchen, diese besondere Überland-Map so realgetreu, wie es uns möglich ist, nachzubauen. Diese Karte beinhaltet zum Release die Vollversion 13 Linien sowie zwei Busmodelle. Die dort führenden Verkehrsbetriebe werden ebenfalls in das Geschehen der Karte eingebaut. Für noch mehr Fahrspaß gibt es noch einige Chrono-Events, wie den typischen SEV der Regionalbahn von Halle-Sangerhausen-Querfurt-Merseburg, aber auch verschiedene Märkte, wie den Weihnachtsmarkt in Querfurt und Bad Lauchstedt, beziehungsweise kleine Dorfmärkte, wie den Schrappelmarkt in der kleinen Stadt in der Nähe von Querfurt. Und voraussichtlich fahrbare Linien sind die 701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 143 A, B und C. Hilfe und Unterstützung ist natürlich stets willkommen. Möchtet ihr selbst mal an einem Projekt arbeiten, schreibt uns das Ganze hier unten in die Kommentare, schreibt uns auf Discord an oder schreibt uns einfach eine E-Mail, wir leiten das Ganze denn dementsprechend weiter. Ja, JTA ist da bestimmt sehr, sehr dankbar dafür, wenn hier Hilfe dazustößt, aber ich denke mal, sie werden das Ganze denn dementsprechend halt sich das Video auch anschauen und werden eure Kommentare dementsprechend auch mit anschauen. Wenn ihr da, wie gesagt, Bock drauf habt, da an einem Projekt bei mir zu arbeiten, dann meldet euch einfach bei uns. Würden wir uns sehr drüber freuen. Dann haben wir noch eine Aufgabe für euch. Und zwar werden hier Ansagensprecher gesucht für die Karte Frankheim. Möchtet ihr selbst mal an einer Karte arbeiten, ja, mit teilwirken und einfach mal selbst ansagen, mal sprechen, dann könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail oder auf Discord oder schreibt vielleicht auf der Website direkt den Entwickler an. Dann könnt ihr euch da dementsprechend bewerben. Schreibt einfach rein, wer ihr seid, was ihr so gemacht habt bereits in OMSI 2 und dann könnt ihr wahrscheinlich teilnehmen. Ihr werdet dementsprechend eine Liste bekommen, die ihr dann zum Beispiel an Ansagen dann zum Beispiel abarbeiten müsst und schickt diese dann dementsprechend ein. Das Ganze wird dann ausgewertet und das Beste natürlich wird dann halt dementsprechend übernommen. Also, wenn ihr Bock habt, einfach mal eure Stimme eventuell hier mal im Let's Play zu hören als Ansage, dann einfach mal bewerben. Ich denke mal, die Freude wird da sehr, sehr dankend angenommen. Und damit kommen wir zum Ende unserer News. Ja, einiges da. Ist zwar noch nicht so das absolute Highlight, aber wie gesagt, das Jahr hat ja gerade erst mal angefangen. Wir starten daher erst mal relativ ruhig ins neue Jahr. Wir haben auch auf dem Discord, wie ihr jetzt schon bereits festgestellt habt, einige kleine Umfragen gemacht, wie wir zum Beispiel die ÖPNV-News ein bisschen modernisieren können, denn das Ganze ist noch nicht alles im Final-Stadium. Daher nutzt, falls ihr mal selbst irgendwie mal eine Idee reinwerfen möchtet, einfach mal die Kommentarfunktion oder schreibt es uns direkt auf den Discord, wie ihr, was ihr vielleicht euch noch wünscht zum Beispiel. Möchtet ihr irgendwann mal, dass ich da stehe und mit euch direkt kommuniziere oder geht das so weiterhin? Wie gesagt, nutzt ihr die Kommentarfunktion. Jetzt die letzte Umfrage war jetzt das Intro gewesen, welches jetzt wieder neu dazugekommen ist, welches wir jetzt als ÖPNV-News so jetzt drin haben. Deswegen, also wir verändern hier noch kleinere Sachen. So im Großen und Ganzen bin ich hier echt zufrieden mit den ÖPNV-News. Es macht mega Spaß, hier News zu suchen. Deswegen möchte ich dieses Format auch um Gottes Willen einfach nicht aufgeben, weil es ist halt was anderes als so dieses typische Let's Play. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, Anregungen oder Ideen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein oder wie gesagt, meldet euch bei uns auf dem Discord oder so, denn habt ihr da natürlich jede Menge Möglichkeiten, direkt mit uns zu kommunizieren. Und damit verabschiede ich mich natürlich wieder bei euch, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns natürlich nächste Woche Sonntag hier zu den nächsten News-Ausgaben wieder. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, sage tschau, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.